Warum hast du dir deine großen Träume noch nicht erfüllt? Warum bist du von deiner Freiheit, von deinem Wohlstand, von deiner Unabhängigkeit, von großen Reisen und deinem Leben in Freiheit einer 10 Stunden Arbeitswoche noch so weit entfernt? Warum hast du dir deinen Lebenstraum noch nicht erfüllt? Warum bist du von diesem Sinn noch so weit entfernt? Es ist das menschliche Gehirn. Es läuft immer wieder dieselben Stellen an. Das menschliche Gehirn ist konzipiert für den Spezialist. Und darum lade ich dich ein, ein Spezialist zu werden für die Lebenskurse. In unserem Gehirn gibt es sogenannte Attraktoren. Die werden immer wieder angelaufen. Wir erleben dadurch eine Beschränkung. Und zwar jeder Mensch. Auch ich habe mit diesen Beschränkungen zugun gehabt. Und die Überwindung dieser Beschränkungen erfolgt durch eine Neuprogrammierung des Gehirns, durch das Setzen neuer Attraktoren, die dann wie Magnete angelaufen werden, für ein weiteres Bewusstsein, jetzt speziell im Bereich der Lebenskunst. Und diese Attraktoren können angelegt werden durch ein Üben, durch ein Wiederholen, durch einen speziellen Prozess des Lernens, hinsichtlich der Psychosynergetik. Und das finden wir in den Büchern des Lebens. Darum bist du eingeladen, diese ewig gleiche Programmierung aufzuheben, hin zur Lebenskunst, zur allumfassenden Lebenskunst, mit Hilfe der Bücher des Lebens, auf Basis der Psychosynergetik. Und dennoch einfach nur herrliche, spannende, humorige und vor allem informative Literatur mit plastischen Figuren, mit brennenden Dialogen und mit Szenen, die einfach unvergesslich sind. Eine neue Klassik und Weltliteratur. George M. Grove, the Amazon People. Don't worry about the things Cause everything gonna be alright Sing don't worry about the things Cause everything gonna be alright Right there this morning Smile with the rising sun Three little birds When it's by my doorstep Sing a sweet song And in a melody pure and true Say this is my missus view Saying this is my missus view Vielen Dank.